Hello everyone and welcome to my channel. If you like this video, likes and share this video for friends. 20 deutsche Vokabeln mit Sätzen Popeln Popeln Dann popelte er auch noch in der Nase. Rülpsen Rülpsen Nachdem er getrunken hatte, rülpste er laut. Zwei Gesichter Dieser Mann hat zwei Gesichter. Bettnässen Bettnässen Bis wann ist Bettnässen normal? Pinkeln 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 Ich muss dringend pinkeln. Kucken Kucken Was guckst du? Erbrechen 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 Sie erbrach das gesamte Mittagessen. Übel Übel Ihm war übel Nägel 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 Kauen Er schaffte es allein, sich das Nägelkauen abgewöhnen. Schwindel 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 Mir ist schwindelig. Durchfall Durchfall Ich habe Durchfall. Durchfall Lutschen 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 Nuckeln 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 Ich lutschte meinen Finger. Du nuckelst ja wie ein kleines Kind an deiner Cola. Schnarchen 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 Er schnarchte laut Geschwätz Geschwätz Klatsch 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 und Lügen sind Geschwister. Sie verbreitet nur Klatsch und Tratsch. Schlafwandeln Schlafwandeln Was machen Menschen beim Schlafwandeln? Augen Augen Reiben Augen Reiben Reiben Sarah rieb sich den Schlaf aus den Augen. Abschürfung Abschürfung Es ist keine sehr tiefe Wunde, lediglich eine Abschürfung. Genen Genen Der kleine Junge gehnt viel, erscheint müde zu sein. Stechen Stechen Ich bin von einer Biene gestochen worden. Niesen Niesen Ich muss niesen. Hühnerrauge Hühnerrauge Wie bekomme ich ein Hühnerrauge weg? Deine Stechen Segen Kroger B Abonniert Hühnerrauge 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 Hühnerrauge